Bei der Bannerstopp ist es so, dass wir feste Ansprechpartner für die Kunden sind. Das heißt, die Kunden haben eine Durchwahl und können uns jederzeit erreichen. Also das, was uns von anderen Mitbewerbern abhebt, ist die wirklich individuelle Beratung der Kunden und unser Komplett-Service außenrum. Weil aus unserer Erfahrung der letzten zehn Jahre wissen wir natürlich ziemlich genau, welche Materialien oder was in Frage kommt. Der Kunde ist nicht anonym. Der Kunde hat immer Kontakt zu Menschen, die sicherstellen, dass das Ergebnis am Ende für den Kunden optimal ausfällt. Mein Aufgabenbereich ist die Druckdatenprüfung. Wenn die Daten reinkommen, dass die von uns händisch geprüft werden. Das heißt, wenn der Kunde im Querformat bestellt hat, dann aber im Hochformat anliefert oder zum Beispiel auch im 10-Meter-Banner bestellt hat, die Schrift aber viel zu klein ist, um das aus der Entfernung an der Autobahn überhaupt lesen zu können. Das sind so Sachen, die Programme nicht erkennen, aber wir können das. Wenn irgendetwas nicht stimmen sollte, dann kontaktieren wir den Kunden und fragen kurz nach, ob das so gemeint ist, ob er das so haben möchte. Falls Änderungen gemacht werden müssen, dann kann das in jedem Fall von uns angepasst werden. Meine Aufgaben hier sind einmal der Kundensupport. Ich begleite die Kunden während des Bestellprozesses und sollte es mal zum Reklamationsfall kommen, bin ich auch persönlich da, um unsere Kunden dann zu begleiten und wir kümmern uns dann direkt. Und das ist der Unterschied. Wir versuchen einfach so schnell wie möglich zu reagieren. Das kann beim Versand bedeuten, dass wir die Ware da selber hinfahren, wenn uns alle Versanddienstleister im Stich lassen. Dann habe ich mich auch schon ins Auto gesetzt und bin halt zur Messe gefahren. Und das ist das Besondere bei uns, dass wir da den Kunden bis zum Schluss begleiten. Das ist das Besondere bei uns, dass wir da den Kunden bis zum Schluss begleiten.